Die Medigenic Compliance Tastatur. Der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland ist ein speziell auf Gesundheitseinrichtungen angepasstes Produkt. Ohne auf den Bedienkomfort normaler Tastaturen zu verzichten, helfen die Medigenic Eingabegeräte Hygienestandards einzuhalten und eignen sich daher für alle Umgebungen, in denen bakterielle Kontamination ein Anlass zur Sorge ist. Infektionsrisiken. Besonders an Einsatzorten mit wechselndem Personal wie Operationssälen, Intensivstationen und Pflegestationen werden so gemindert. Die gewohnt schnelle Eingabe Ihrer Daten wird durch die Maße und die taktilen Eigenschaften herkömmlicher Office-Tastaturen sichergestellt. Innovatives Design ist kombiniert mit einer speziell abwaschbaren, nicht porösen Oberfläche. Damit ist schnelles Reinigen vor Ort möglich. Durch Einsprühen oder Abwischen mit zugelassenen, keimtötenden Sprays. Zusätzlich erinnert das Hygiene-Warnsystem der Medigenic Compliance Tastatur durch Blinken in vorgegebenen Intervallen an die notwendige Reinigung. Nach der sachgemäßen Reinigung schaltet der Alarm durch integrierte Sensoren automatisch ab. Die Medigenic Compliance Tastatur bietet eine in drei Stufen regulierbare Hintergrundbeleuchtung. So kann oft auf das Einschalten des Raumlichts verzichtet werden. Sie können die Medigenic Compliance Tastatur wie eine gewöhnliche Tastatur an alle gängigen Systeme anschließen und tragen damit wirkungsvoll zur Prävention von Krankenhausinfektionen bei. Rein Medical – We make your e-health come alive!